Es gibt in dieser Woche eine Übung für müde Beine, wenn du zu viel gestanden bist und am besten stehst du dazu an einem Bordstein und kommst dann auf die Fußspitzen hoch, gehst über die Seite tief, kippst auf die Innenkante deiner Füße und gehst immer so im Kreis nach oben und nach unten und das ist wunderbar erholsam für deine Beine. Vielen Dank.